Willi Schillig, das Modell Broadway. 2,40 Meter Leder in Grafitt. Sie sehen hier sehr stabil. Da wackelt nichts, da biegt nichts durch. Und wir können hier auch sehr einfach die Sitztiefe feststellen. Und hinten auch noch ein bisschen Knick. Da kann ich nämlich da auch, wenn ich so drin flack, sehr weit hinterliegen. Die Aufhängungen sind hier außen, damit der Kopf immer sehr weich liegt. Die Armteile sind optimal gestaltet, damit man auch mal so vor sich hin knicken und schlafen kann. Natürlich sind hier beide Rückenteile verstellbar. Dann haben auch mal zwei hier Platz. Zum Liegen natürlich. So, stabile Angelegenheit. Schweine schwer, ich würde es liefern lassen. Einmal ist es da. Ein Schnäppchen. Hol mich hier raus. Klick.